Packado macht uns vollständig unabhängig von Batterieherstellern. Von Batterietypen, von Kapazitäten, von Innenwiderständen und sogar von der Batterietechnologie. Mein Name ist Wolfram Walder, ich bin einer der Gründer der ASD, bin hier geschäftsführende Gesellschafter und bin für den Bereich Forschung und Entwicklung zuständig. Die ASD gibt es jetzt seit genau zwei Jahren. Wir produzieren Speicher, zunächst im Bereich für die Einfamilienhäuser, verlagern das Geschäft aber immer mehr jetzt zu Gewerbe und Industrie, weil die Anforderung nach großen und größten Speichern für Netzstabilitäten, für Insellösungen immer mehr da ist. Packado ermöglicht es wegzukommen von der Reinschaltung. In der Reinschaltung haben sie eben das Thema, dass alle Batterien vom gleichen Hersteller, gleicher Typ, gleiche Kapazität, gleicher Innenwiderstand, gleicher Ladezustand und viele, viele andere Faktoren sein müssen. Und wenn ihnen in der Reinschaltung eine Batterie wegdriftet, vielleicht nur noch 40% der Anfangskapazität hat, dann hat das Gesamtsystem nur noch 40% Kapazität. Und deshalb haben wir massive Schwierigkeiten, große Speicher zu bauen, die sehr lange funktionieren. Wenn sie 100 Batteriezellen haben und eine Zelle fällt ihnen aus, dann haben sie 100% Verlust. Sie können den ganzen Block wegschmeißen. Wenn sie bei Packado 100 Zellen haben und eine fällt aus, dann bleiben ihnen 99, die einfach weiter funktionieren. Heutige in Reihe geschaltete Systeme können sie eigentlich nicht erweitern. Sie müssen einen Block herstellen aus x Zellen und wenn der einmal gebaut ist und läuft, dann läuft der. Da können sie dann nichts mehr ändern. Bei Packado spielt das keine Rolle. Da können sie jederzeit x-beliebige Zellen dazustellen oder auch wieder wegnehmen. Also sie haben die volle Skalierbarkeit des Systems, auch hier über die gesamte Lebenszeit. Wir haben Hochstromzellen, die viel Leistung machen und Hochkapazitätszellen, die sie heute nie in einem System koppeln können, weil heutige Systeme, bestehende Reinschaltungen, müssen immer mit einer einzigen Batteriezelle, einem Typ gebaut werden. Bei einem Packado-System können wir das mischen. Das heißt, wir können heute Speicher bauen, die sowohl hohe Leistung können, als auch gleichzeitig hohe Kapazität können, und das Ganze deutlich günstiger als in den bisherigen Systemen. Wir schmeißen keine Batterien mehr weg. Wenn eine Batterie heute 40 Prozent Leistung hat oder Kapazität hat, dann schmeißen sie den Block weg, auch wenn die anderen Zellen noch gut sind. Wenn beim Packado-System eine Zelle noch 40 Prozent hat, dann sagen wir Danke. Die 40 Prozent nehme ich gerne und sie wird bis zu ihrem Lebensende weiterarbeiten können. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020